Was wir in unserer Gemeinschaft haben, die Gründung einer Genossenschaft, zwecks Herstellung von Käse. Der Atrag ist gestellt. Hoi, komm! Haben wir eins nach dem anderen? Ich habe dir gerechnet, dass so viel Milch zusammenkommt aus einer so kleinen Gemeinde. Ich habe sie Freienfreude. Hat einen bereits angebissert. Ein Käsehändler, aber nicht nur einen gewöhnlichen. Es schmeckt nach Geld, dieser Mann. Nach Geld. Eine eigentliche Krankheit ist über euch gekommen, dass Käsefieber, Misswunsch und Kader regieren und drohen. Halt! Nichts anderes als Zorgmoe habt ihr. Ihr könnt es einfach nicht ertragen, dass sie in den Dörfern ringsherum mehr verdienen, und reiger worden als ihr. Ich muss mich ja schwimmen. Schwimmen! Ammet sie, zonnere Gemeins! Wird's Himmeltaner, Himmeltaner! Ja, Himmeltaner! Der Mensch ist halt in Gottes Namen ein kurioses Kamel. Ich weiß nicht, dass wir die brennen. Nein, das ist nicht so viel zu tun. In der believers verse. Aber das ist nicht so viel.